Oder wohin? Bleib jetzt dran. Ja, jetzt komm, Alter. Die denn, Alter. 2, 4, 6, 7 oder was? Ja, komm, hinten der Käthe. Gib Metz hinten. Ja. Ah, scheiße. Speed gebraked. Mach's noch nicht. Bade ist frei. Bade geht mein Pad, Bade kriegt mein Pad. Bade geht's dann. Mein Pad braucht auch den Metz. Ja, die haben gute Pads hinten drin. Mein Pad allen, bitte, wenn's geht. Ich nehme jetzt den Baden, raus. Go. Nächste Tag, Kälte rechts, hinter Baum. Ich zieh die hier hinter uns, oben am Hügel. In der Backline von uns. In der Backline, geh den Mann, geh den Mann. Morty, Morty, ganz hinten, ganz hinten. Ganz hinten. Ja. Lass den, scheiß drauf. Mach vorne dir, dann schnuck den Baden raus. Den Schnitter. Das ist so. Ja, das sollte schön sein. Ne. Aufschnitt dran. Na, kanns hinter bleiben. Was ist denn jetzt? Gäte. Gäte. Gäte ist am Start, man. Gäte. Gäte. nicht nachlassen wir müssen da drauf und vorwärts der heiler der heiler ja ich bin ja ich habe hier hinten in der backline ich versuche ich habe eigentlich so viel stress also jetzt habe ich wieder vor ich gehe davon abnächst heißt aber geht es um an der tage noch mehr seit hier vor jetzt gehen noch mal hinten rein hat es dann ja das ist es weil da warum kriegen die die hier tausend was noch nichts dass da mit dem ding ist ja ja ich habe ein paar augen ja auch die auch wenn auch hier mit die schießen alle auf mich leute das geht entspannt das weg macht weg machen schaum ich schaum ich schaum ich schaum jetzt nicht mehr raus muss wieder dem ich hatte jetzt jetzt lieber auf dem der wagen die wir auf dem der heiler der netzler ist immer noch auf 20 prozent der wäsche sie gerade der wäsche ich habe den wort noch machen ich mir jetzt hatte noch mal durch ich komme gleich wieder rein ich krieg nicht alle vier und fünf ich schaden jetzt du hast doch hilfe Ein Nuke, ein Nuke, ein Nuke. Nein. Dread Commander Bad. Zwei Sekunden. Komm jetzt Leute, push die Caster. Ich mach mir selber. Ich mach mir selber. Neues halt, Kobi. Beide an der Metz jetzt. Hinten der Kobi. Aber man sieht nicht so oft den D-Buff, Alter. Ganz königlich. Frosty? Ja. Nur D-Buff drauf. Falt. Erst war Vici. Ist jemand weggeräumt, oder? Ja, der steht da oben. Alles gut. Der hat noch ein bisschen Metz. Ich hab alles raus. Jetzt kann ich vergleichen, damit sie eröffnen. Ja, der Instant Stunz. Der Instant Match. Scheiße, ich hab Fehler gemacht. Ich hab Flank gestunnt. Ich bin gerapted. Geroutet. Gieren gleich Tank dran. Gieren viel Damage. Ja, ich hab's gewusst. Scheiß drauf. Ja. Der Rudi. Rudi. Rudi ist groß oder der PD? Kannst du jetzt halt Q oder soll ich purgen? Ich purge das jetzt. I don't really. Ich bin im Stunz. Spreewett kommt. Jungs, es geht weiter. Ich drücke die Fänzen hinten. Bei mir auf drauf. Gehen jemandem Stun ohne Schilde? Bitte mal bitte nach hinten kommen und einfach mal spielen jetzt. Alter, was ist los hier? Ich bin jetzt schon längst Galdorf, ne? Ich bin da. Target. Komplett überrascht. Ich hab auch nicht mehr mit dem Schild drauf. Säglich auf mehr. Harter Damage jetzt reglich. Naja, ich kann nicht hinter mir. Naja, ich komm zu dir. Naja, ich komm zu dir. Naja. Naja. Jungs, ohne Scheiß mal ein bisschen weniger Scheiß-Alabe an dem Pfalz, Alter. Und, ähm, ich bin da. Ich kann nicht einfach mal spielen. Okay, ja. Also, feier ist der mit dem Fight der Trash-Druck, Alter. Das hört schon alles, Alter. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Eil, was ihr da gelabert habt? Komm, wir müssen ein Speed. Gibt's irgendwie Instamats auf mir, Alter? Instamats, okay, bin aus dem Mets raus. Cheeren gleich Damage, bin gleich Stun. Stun auf Cheeren. Habt ihr den Savage hinten drauf? Zieh die raus? Ja, jetzt zieh noch ein bisschen. Hallo, Heavy Damage, Heavy Damage. Zwei Tanks auf mir. Zwei Tanks. Ich komm nicht mehr raus. Ich match den einen Tank hinten. Okay, dann lass jetzt den Savage ziehen. Ich bin selber gematzt. Gematzt. Jetzt den Savage, wenn der? Ich bin gematzt. Ich bin ein Netzer. Oh, leck. Ich fick dich nicht gematzt. Ich bin genuked. Zurück. Wir schießen jetzt, ne? Zwei Tanks auf mir. Immer noch zwei Tanks auf mir. Cheeren zwei Tanks auf mir. Laufen. Wenn wir sind bei Cheeren helfen, du müsst ECO reinmachen oder so. Ich bin jetzt halt gerutet, Alter. Ich bin jetzt Stand, Alter. Der Peggy ist in uns drin. Ich rube ins Kalten, jetzt. Ich rube ins Kalten, jetzt. Ich hab hier den Schamanen auf mir. Zwei Tanks auf mir. Dammit. Ich habe einen Schamanen auf mir. Ich kann nicht heilen. Das ist genau. Was ist das? Ja, alles rum. Die überwenden uns einfach. Crazy. Ja, kann ich schon. Crazy, Alter. Jetzt muss ich noch mal an den PC kommen, ey. wir haben solche und jetzt was ist das ist das ist das ist ein neues tag ist dann links eine wahlkühle ist dann bei der pet direkt im range wer ist auch hier drauf kann man wie ein knüppel sind so weg oder nicht lupen leute nicht doch nicht und jetzt kommt jetzt ja ich bin hallo ich habe alles gemütlich gerade jetzt ist dann dass ich möchte ich möchte ich hätte nicht steht da bitte ist 32 ich habe den bedingten links der heilige bett das entstehen müssen wo ich mich das eine heilige schießen vielleicht das ist eine der ist dass der war nicht für das tier sein kubi kubi jetzt dann irgendwie der hat durch schießt es gar nicht gut alles nach ich krieg jetzt ich bin gemusst ich mache schon ein kassler mut ein karl ist ein karl ist dann da macht bis ein meter jetzt jetzt müssen wir gehen die grüße der zimmer geht sie davor vorwärten kommt noch eine gruppe mit gruppe mit gruppe wird haben kann ich das nicht aus dem ersten kampf und die hauptsache ziehen die raus der mensch der wetter mit solchen kriegen solche der trägt nur die roten töten wir haben solche ein bisschen weiter abgemetzt jetzt hat das drin ja zieht wir darauf zurück bevor jetzt das mit dem und recht noch alles machen ja das ist doch einfach weg oder den kobold das noch ein paar kommen halt da will kommen dass enden alle doch mit sich der schütze die wir jetzt wo sind jetzt man die kommen bekommen es geht los auge kriegt mir sein ja das ist das dass sie das töten das ist ja das aufs drehen ist gut jetzt geilen ab es ist ein roten und den schaden ja alles gut rechts rechts links schießen den sb die gb tage rote da was geht in dem rothal Skydel raus, Skydel! Ja, kannst schießen. Fadiba! Macht wieder Druck! I-Core, I-Core! Ich bin metzed! Ja, ich auch! Skaldeh hinten drin in uns! Skaldeh im Root jetzt! Naja, Resist! Damage, Damage! Stunt! Damage, Morty! Jetzt haben die Caster einen Free-Control da! Jetzt habe ich das BD-Patt drin! Ah, Rückwärtsbewegung ist scheiße hier, Mann! Da ist eigentlich nichts! Wir dürfen nicht, wir dürfen nicht zurückfahren! Wir dürfen nicht zurückfahren! Ist der Mest! Ah, ich habe das BD-Pattet! Ja, ich habe das BD-Pattet! Ja, das war's! BD-Pattet einfach rein! Wir können... Wir haben keinen... Wir können nix noten! Nein, kein... Ich bin tot! Sag BD-Patt-Kinderegien! Ja, bin tot! Hau! Ich kann mir nicht mal an das BD-Pattet ran, alter! Der hat ja das BD-Pattet die ganze Zeit bei sich stehen! Das werden wir nicht schon vorwählen! Ah, komm, go! Wir schlagen Mest! Wir haben jetzt halt! Da kommen noch mehr! Mehr, mehr, mehr! Eine Gruppe Hips! Ja, wir haben halt... Sieht man sich noch nicht! Wir hätten die! Wir hätten die! Wir hätten die! Oh, du bist heute bleibt! Oh, du bist heute bleibt! Oh, Alter! Es gibt noch keine... Fiktone hier, alter! Scheiße! So! Jetzt! Oh, na! Doch, doch! Kommt vielleicht wieder! Gehen wir weiter Richtung Süd-Südost! Südost! Eine Gruppe Hips, glaub ich! Gehen wir mit mit rein in die Hips! Kommt, kommt, kommt! Kommt, kommt! Nicht so weit weg! Auf die Hips! Lasst Ami vorher zuerst holen! Rechts sind die Midis frei, komplett! Nach Ami jetzt und dann zurückbissen, Leute! Jetzt versuchen wir zu recoveren! Gehen wir Süd-West, Süd-Süd-Süd-Ost! DSB, DNS, die Metzern wir! Boah, so die Midis dumm, Alter! Die gehen auf uns, ey! Gehen wir uns damit dran! Kann euch nicht helfen, ich hab' keine Satt! Süd-Ost, 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 Süd-Ost! Einfach laufen noch! Wir suchen wieder zu recoveren, Leute! Dann können wir schießen, denn! Damage! Gehen wir hier! Ich seh' nicht kurz! Ich seh' nicht kurz, ne? Scheiß drauf! Sind die Ludis, Mann! Weiter laufen! Weiter laufen! Weiter laufen! Weiter laufen! Wenn es ihnen geht! Ja! Ich kann nicht! Lass mal ein bisschen da aus der Range raus! Laufen! 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 Warum sind die Midis immer noch auf uns? Was soll denn die Scheiße? Ich metz die gleich! Metz gehen die Midis! Geh' mal ein bisschen weiter weg! Und zwar lass' mal hinten den Tank schießen vielleicht! Sie wird wieder! Ich demetze! 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 Ja, wir stehen ganz gut gleich! Ja, ja, wir stehen ganz gut! Die Medz dann! Kriechen die Medz? Das kann man jetzt! Weil sie rausgekriegt haben, ich hab immer noch Mops auf mir! Nein! Mit Troj! Mit Troj! Mit Troj! Versuch das Pet dann direkt zum Aufraten! Die Medz! Die Medz kommt! Bade, Alter! Mach die Pets dann! Die Medz! Die Medz! Auf die Hips jetzt gleich! Ja, Leute! Fokus auf die Hips! Wir machen die Leute! Wir machen die Leute! Schade! Guter Mist! Guter Mist! Guter Mist! Ziele raus! Alter! Wir stehen zusammen! Wir stehen zu dicht! Ach, ich will noch! Nein! Noch mehr Hips! Das sind die Nummer zwei! Die haben jetzt halt! Die haben jetzt halt! Die haben jetzt beide jetzt! Die Medz! Ja, nein! Der steht nohle Target! Ich hab null Manner! Was sind denn die Kellners? Baden. Target. Die anderen Heaps haben komplett geturmt, die von uns. Schieß die Bahn jetzt hier. Schnuck die ganze Zeit durch. Flori. Noch mehr Heng. Alter Alps. Das ist egal. Umdrehen. Ja, wir trinken euch dumm. Auf die anderen Heaps. Auf die anderen Heaps. Komm, 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 komm. Heaps kommen wieder. Okay, go. Baden. Baden. Alles gut. Wir haben noch eine Adgruppe. Alles gut. Alles gut. Den Baden. Halbade. Wieder ein Messwind. Was sie schießen. Lory Target. Wie man ihn jetzt tötet, die einfach. Neues Silvana. Oh, da ist es. Aber die Töne wird, sie sind Huren. Die laufen einmal rum und eben von hinten rein. Ich hab's jetzt hier auf die Töne. Ich hab's jetzt hier auf die Töne. Einige Mets von uns. Also die Metzen. Nicht den. Okay. Ich bin geroutet hier. Komplett out of mana. Keine hier. Auf die Hinterseite. Auf die Hinterseite. Bisschen laufen. Meter machen und dann Turn auf den. Ich hab Eikon. Eikon. Gerade geht's dann. Warte geht's dann. Nein, er hat's. Außen, außen, außen. Target. Und ein Eikon ab dem Grund ist mehr. In uns sind noch ganz viele. Ui, der Baum. Wir sind bei der Mett. Kälte, kälte. Kälte, kälte. Hatten die Mett? Nein, ich krieg nichts raus. Ich werde permanent corrupted. Ja, ich bin tot. 3 Damage. Harder Damage jetzt gleich. Oh, oh, oh. Jetzt die... Immer noch hin. Ich versuch mal ein bisschen mehr Zeit zu machen. Okay, ich lebe nicht. Alles gut. 10, 10, 10. Nimm gleich. Nuri, er hat das auf. Hier ist er in der ersten drinne. Warte, 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 warte. Keine Mahnung. Ich krieg nichts, Alter. Ich hab mich an die Siege gespammt. Badeling, Badeling. Letztes drinne. Komm. Rechts im Baden, rechts im Baden. Okay, go. Versucht mal noch ein AE-Rut drüber. Da kommt von hinten mit in die Reihen, glaube ich. Nee, Alpes kommt von hinten in die Reihen. Ich krieg nichts. Ich krieg nichts. Von hinten in die Exs, Leute. Noch eine Gruppe, ne? Ich bin done. Damage. Damage. Ich hab kein Fall mehr. Ich hab kein Sonst mehr. Ich komm raus. Ich komm raus. Ich komm raus. Ich brauche nie. Nein. Wir müssen roten und laufen. Das bringt einfach nichts. Ich bin jetzt Kassi. Die Messe. Genau. Ich bin gelten rotig. Kann ich ja annehmen? Ich brauche nichts. Äh, warte, 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 warte. Jetzt. Jo. Links neben dir. Aber jetzt. Go. Jetzt. Target was. Target. Syvanna. Dachte ich. War neuer Target. Links am Mace. 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 Schau an die 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 Mace. Das ist alles. Ja, Alter. Ihr sagt alle Tage. Was ist verkehrt mit euch? What the fuck? Dahinter sind noch subs, ne? Richtung A. Gäte. Große TBL. Ja, geht auf den, Alter. Stechen jetzt. Kommt der noch mit rein? Da drin sind noch vier? Ja, komm mal. Ja, komm mal. Ich hab's. Doch, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. 321. Äh, da müssen wir jetzt zu 10, Alter. Was geht hier? Erstmal. Ja, ja. Pass, pass, pass. Südwest, südwest. Rechts. Schöner rot. Schöner rot. Weitsam dabei, genau. Metz geht rein. Okay, sehr gut. Der Badekommt in drei Target. Schieß, schieß, schieß. Schnurke, schnurke, schnurke. Okay, fuck, nein. Okay. Noch ein Stück ziehen. Weiter, weiterlaufen, weiterlaufen. Oh, fuck, der hat mich beruht mit der Huzo, Alter. Jetzt der Target. Nein, ich hab die Sight. Target der Lugi, der reinkommt. Damage. Damage 3. Ab rechts ist noch ein bisschen was beruht. Damage 3. Jetzt den Lugi, kann ich mitschießen. Toastend. Schön. Mir ist halt ein bisschen. Ich hab noch mal einen Root rein. Ja, seltener Root. Sehr guter Root. Der Lugi, rechts. Der Lugi, rechts. Krieg hast du was? Ich bin der Bade, ey. Ich hab das dick. Nein, weiterlaufen, weiter wie man läuft. Das ist too much immer noch, Alter. Bin Stunt. Ich hab das dick. Ich hab das dick. Damage Morty. Ich hab noch mal einen Root rein. Was? Die holen ab. 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 Nein, die haben den Lugi. 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 Nein, den Anni. Oh, was hat das? Neues Null? Ja. Nirvana. 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 Der Sos, alter. Luri geht den Routen. Neuer Lugi Target. Sos, ne. Die Alps haben immer Glück. Die können von Seite schön auf Seite alles wegschießen. Und wir haben immer hier die ganze Kite-Fight-Scheiße. Da haben wir auch noch ein paar Leute. Ja, ja. Die zählen noch rein da. Die kommen immer nur kassieren, Alter. Gelt lang, ey. Gehen wir weiter rein. Gelt der Target? Ja. Luri? Winston? Links zur drüben? Alles weg. Luri, luring? Gela will阿led? Guna ma guter Metsring? Nächster Luri? Schießt mit, komm. Ja, ehład. Dorten, die anderen. Danke, ciao. Der baut oben Pilze auf mal. Einfach, richtig geiler Mann. gut um jetzt sehen wir das mann weg das mann weg ich geh fahrer jetzt im netz noch AIDOT geht AIDOT geht der Silbermann runter kommt alle nuken komm ein bisschen weg 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 Talcate ohne er steht unten jetzt weg ich kann von den nuken sehen ich hab Mord, ich hab's dann damage alle heilen komm da muss die drauf komm noch Gollys geflogen weg jetzt man aber jetzt will ich weg ne das hab ich schon mal fängst dann, damage Morty versuch die zu rocken oh Alter ne man was macht der Alpsilgen den Menschen schon super match drin jetzt lass dich schießen wird genugt aber jetzt wenn wir Stunt damage Morty ne doch nicht wenn wir ein bisschen der Kälte muss ich gestunt das siehst man Fabio der Kälte ist ein Beruhi der Kälte ist ein Beruhi hier vorne die Waffe steht når man sieht ein wieder weisw 4 MAIL STATER versuchst trotz Erschossen, Alter. Neues Target. Ah, jetzt springt man da drinnen. Neues Target. Next. So macht das Spaß. Next. Ah, eins, der Metz. Fängt der Metz los? Ja, die sind Metz. Die sind Metz. Let's go. Ab hier. Die sind jeden von der Seite. Die sind alle Metz, Alter. Luri, fast los. Ein New. Ja. Boah, ich hab keine Ahnung. Wir gehen auf die Echze. Leute, geht die Kontrolle über den Süden. Süden. Ich hab die Normaler. Lass die schießen, die sind alle Baden. Target, Luri. Next, Luri. Erfäter. Okay, stickt drauf. Ari, Ruth von Tower. Ja, ja, ja. Lass uns dann. Ich hab noch mal Metz, oder? Target, Kälte. Dann nehmen wir den Rui. Kälte. Erf, erf, kriegt's an. Elf hinten. Next. Die sind noch. Okay, stickt sie da. Oben rechts ist der BD. Oh, er geht schon, er geht schon, er geht schon, er geht schon. Schön, 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 schön. Hab neerzeit. Zurück. Kill mein Pet, ich kill mein Pet. Hab ich auch neerzeit. Sag mir, wenn du Pets auf die Caster rauskriegst. Ja, ja, komm jetzt gleich, aber. Nein, nein, nein. Da war ich schon mit neerzeit. Ein Skulld auf mir jetzt. Schau mir Mess. Single Mess, ein Skulldack. Single Mess, ein Skulldack. Der kriegt einen Root, der Skulldack. Warte, der Skulldack. Okay. Skulldack, rot. Dann push bis, push über die rechte Seite. Ja, bravo. Der Heiler. Der ist Mess, Mess. Lass den stehen, lass den stehen. Heiler rausnehmen. Ich neerzeit jetzt alle. Und den Auge. Und den Auge. BD-Pet. BD-Pet. Jetzt. Alle Neerzeit. Alle Neerzeit. Und der Auge. Bleib auf dem Auge. Ach, dann halt nicht. Ich bin auf dem Auge. Dann ist man hinten dran. Kannst du den mal messen? Beness, 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 beness. Ja, den Heiler habe ich. Den Heiler habe ich. Heiler drückt. Jetzt kann ich drücken. Ich grippe, ich grippe. Ich habe BD-Pets und SM-Pet drauf. Ein Look, ein Look, ein Look, ein Look. Hier ist das quasi. Und jetzt push, 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 push. Ich habe nicht Sand. Ich bin aber auch jetzt. BD-Pet, 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 BD-Pet. Ich habe die da. Kriege ich Hilfe vorne? Versucht ihr zu helfen? Ich habe jetzt gleich. Kommt, komm. Kommt, komm. Links, links. Kurs, weiter. Okay, passt. Nice. Oh, oh, oh. Okay. Der Kick, derzeit und Rot. Ich wurde den. Jetzt gut. Petzenden drin. Er hat einen Rot. Der ist eine Rot. Der hat einen 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 Rot. Ich habe ein Auge rubbed. Ich habe ein Auge rubbed. Hat solche? Sehr schön. Jetzt überwenden. Kommt man jetzt eine Runde durch? Ein Charmin? Nee. Auge ist dann. Auge ist dann. Ich freue mich. Tschüss Leute, ich freue mich. So Auge geht die Messe. Easy, Alter. Das war schon knapp. Was war knapp? Alter, an einem Punkt, ne? Hab ich den ganzen Caster Nearsight bekommen und hier diese Northman Storm, Sturmhof, die hat Nearsight bekommen und die habe ich die. Hier ist das. Nice. Fabio, ey. Und das wird zurück. Nein, das ist okay. Das ist alles gut. Alles gut. Komm. Das ist doch. Robbed. Ein Caster, ein Rot, ein Caster. Rot, ein Rot. Wir sind Wind gleich in Sky. Ich bin geslams. Wehe, der Mist. Ist der ein Pass? Sind wir noch frei? Oh, ähm. Leute, Leute. Leute, ich werde jetzt hier. Ich werde jetzt gestemmt. Leute. Seid ihr frei? Ich bin Sky. Ich bin Sky hinten. Bede Pit. Bede Pit. Target. Target. Es ist Kaube. Hablaufen jetzt halt. Ich bin immer noch genotet. Oh. Wir haben genotet. Ach. Der war doch im Metz. was waren jetzt wieder fünf schrott ich habe nicht verstanden warum wir es wieder so abgekleidet sind gegen drei ja auch seit ihr ja ich glaube ich habe gebotet worden und ihr seid so von mir weggekaltet dass mich einfach nur um konnten ihr seid bestimmt 1500 locks gekaltet ich wird das tanker oder mehr tanker leistet ich habe mir jetzt amnesty gemacht wahrscheinlich ich habe rechte seite amnesty gemacht ihren insta gut ja dann müssen wir jetzt kommen ich habe mir seit jetzt bei den drin jetzt hinten den nordmann vielleicht das hat noch ich bin ich noch geht es aber wir sind gleich im anderen der charme ist so gut ich bin mutig auch jetzt vorne der charme ist im rot lasst den charme wird bestätigt gleich fertig jetzt haben wir den heiter kommt mit dabei bin dabei bin dabei bin dabei bin dabei die märze alter ich habe immer noch nicht mehr zeit jetzt alles gut ist jetzt die menschleute ich habe 3.000 jetzt die waffe die waffe was kommt ich bin vorne metzler perg ist dran kommt kommt jetzt nach der match auslassen ich bin zu ich habe noch mal ein gut rein schaden leistet alle kippen ihr seid das kalte geht in rote alles im brot alles gut denn was man kriegst jetzt noch mal zwei schon jetzt sie war drauf Wenn ich Damage finde, dann hole ich sie. Bitte? Ich bin jetzt im Rot. Ich bin jetzt im Rot. Ach, geht der gleich Damage? Nein, noch. Guck mal. Guck mal, Mann. Kann ich jemand den Bauten schon mal nicht killen? Nein, ich nicht. Nein, Mann. Der Bauten wieder? Der Bauten. Boah, Alter. Skalde geht in Rot. Skalde und Rot? Nein, geht nicht. Ich habe noch einen Eichel rüber. Ich bin jetzt vorne drin. Ich bin jetzt im Arsch. Die nook mich jetzt. Skalde ist richtig tief. Hinter allen ist der Skalde. Du hast den Versuchungskillen. Ja, du musst wieder wegfahren. Wir überrennen uns jetzt. Gleiches Setup wieder. Drei Caster, man überrennen wir einfach mal. Wir hatten richtig gut Control. Die ersten 30 Sekunden hätten wir nicht easy killen müssen. Drei Caster haben wieder gekitert. Irgendwann verlierst du halt, ne? Ja. So, jetzt kommt. Let's go, Alter. Speed Break auf mir. Contain. Heila ist auch ganz oben rechts. Ich bin mit dir. 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 Rechts ist der Heiler frei. Der hat jetzt hat Nessat. Er wird mit dir geruht. Er wird mit, er wird. Mess. Was ist jetzt denn die große Hände? Ich hab schon. Mess. Das ist ein bisschen zurück. Wir sollen. wir müssen irgendwas machen weil sonst stammt jetzt nicht mehr ganz hinten komplett raus gecadet am arsch der welt ich möchte nicht gleich ich gehe jetzt nicht mehr mit dem doch erstes kommt der auf der hausse ruht rein jetzt geht es jetzt muss das ist das kalte kommt die drei das ist das das ist das ist ja die macht so viel schaden finden ich habe noch mal das märz drin WD ist links frei Ich habe hier Speiler und läuft rein Nein, ich habe das gematzt wir sind jetzt in Sky in Rot Shami steht in Rot und in Caster steht in Rot Ich gehe match Die Mets nach Samurai Ich bin spammed direkt, oder? Jetzt in Sky in, jetzt in Sky, komm okay, go Dropped it, komm Dropped Wir sind zwei im Root, jetzt können wir was machen, können wir jetzt was machen. Ja, go. Nuker, nuker, nuker. Er hat kein Debuff. Er hat Kontakt, er hat Kontakt. Tarek, Tarek, Tarek. Tarek. Ein Stück tief. Slammed. Damage Morty. Ich bin jetzt Rooted vorne. Ich hab Alkohr drinne. Ich trotz uns raus. Ja, passiert das hinten. Ja, ist alles gut. So, gut geht jetzt rein. Gut, ist drinne. Da, dem, genau, ist geil hinten. Jetzt ist gleich, komm. Wieder Metz. Hat solche. Komm. Paki, er kann Demersen. Schlauern. Demers. Paki. Ich hab hier Zeit. Heila, 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 go. Heila, go. Heila, go. Heila, go. Hat solche. So, das ist gleiche. Jo. Firm man corrupted. Fack. 800 verloren. Genies. Schau mich kriegst dann. Wieder raus. Ah, fack. Ja, eigentlich soll ich... Oh, okay. Ich hab, mal noch. Gut, nochmal Stink, der Archivor drin. Ich sehe, meistens, Kahn der nochmals, auch dann pusht über die man. Gut, geht hinten rein. Nice. Gute Messages. Let's go, go, go. Die Bulls, Alter. Talia, Kobi. Mets geht noch mal rein. Mets geht rein. Ich bin robbed, Dad. Nee, der und Statik. Single Mets den Tane, der reinkommt. Single Mets den Tane. Können wir den wegschießen? Ich hab keinen Namen mehr. Nichts. Static. Talia, ich bin... Warte, 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 warte. Ich ruht hier das BD-Pad gleich. Ich mach schon. Ich ruht... Nein, nein, nein. Das ist geil schießen. Jetzt hinten. Alter, ich bin ja... Na, Tieren wieder mit. Ja, wir haben keine Spaß. Ja, ja. Nein, vorbei. Boah, was denn? Ich hab dir den Raps... Als ich ihn angenommen hab, hatte ich direkt wieder... Wie viele Mana war's, ich da reingehauen hab, Alter. Shit, ey. Ich weiß nicht, Alter. Das ist einfach zu hart, ey. Der Schaden verdient ist... Keine Ahnung. Von anderen Planeten. Das heißt, wir brauchen sich drei Caster halt nicht... Auf nichts zu konzentrieren, wie aus Damage machen. Das ist klar. Das ist ein Heller, Flammen-Through. Ja, der müssen noch... Ja, der muss noch weich sein noch. Aber trotzdem, dass er dann... Ja, ich weiß nicht. Sehr viel mal den Schatzkater versucht zu töten. Und der geht nicht da.